Hallo und willkommen zurück bei unserem Bottle Knights. Let's play together gemeinsam mit der Tebra. Hallo. Hallo. So, ich habe da jetzt kurz unsere Werkbänke und wir haben das Thema, dass wir Kohle brauchen, um hochwertigere Güter zu erzeugen. Ja, das ist immerland, das ist irgendwo, ja, in einer anderen Welt. Tja. Ne, dann werden wir wieder rüberschauen. Ah, Dings, wäre vielleicht nicht schlecht. Schleifsteine. Ein und zwei Schleifsteine sollten wir mitnehmen. So, ich habe da noch ein bisschen Holz. Ah ja, wir haben ja gesagt, wir bauen ein Häuschen auf der anderen Seite für uns. Mhm. Siehst du, Schleifsteine werde ich auch noch brauchen. Glaubst du, da sind drüben Bäume? Ähm, puh. Müssten wir probieren. Okay. Okay. Achso, ja, ein Schleifsteine muss man ja rauslegen. Genau. So war das. Mhm. Da raus. Aber so, wenn der Gaktus sitzt lang. Agave. Okay. Mhm. Gaktus sitzt lang. Interessant. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ähm, Schleifsteine. Schleifsteine noch machen. Ja. Ja, unser Mäuschen läuft jetzt drauf mit. Und wo mache ich die Schleifsteine hier? Keine Ahnung. Hm. Hab schon. Hab schon. Ähm. Einen Bogen zum Schleifsteine. Muss reichen. Okay. Ich bin bereit. Wo bist du? Ich bin schon beim Portal. Alles klar. Ähm, wo ist das Portal? Ah, ja. Ich will mich da schon rauf. Eigentlich, glaube ich, müssten wir nicht einmal herlaufen. Bin mir nicht sicher. Okay. Ich glaube, mich sobald mal bekannt kannst du für überall über die Map. Pff. Ebenfalls. Ja, das werden wir da gleich ausprobieren. Ja, also beim Retourgehen haben wir es ja auch so gemacht. Mhm. Stimmt. Ah, jetzt habe ich die Bladensteine vergessen. Um das nächste Portal einzuschütten. Ich hoffe, ich habe welche im Gebär... Ich habe es gerade rausgelegt. Das wäre nicht schön. Moment mal, Moment mal. Ja, ich habe sieben Stück dabei. Na super. Okay, dann gehen wir gleich mal da zum Portal. Mhm. Pflastern wir die rein. Pflastern wir die rein. Gut. Ui. Ui. Die werden zu wenig sein, die mehr an. Da müssen wir nachher dann nochmal welche mitnehmen. Okay. Ah, ich will dich nicht wieder erwischen. Ich kümmere mich mal um den Portal. So. Ah, super. Es aktiviert. Ja. Hm. So. Hm. Da ist auch noch einiges im Erz. Nein. Hilfe. Wo ist es denn? Hehe. Sehr schön. Ja. So. Bauen wir das da ab. Oder? Mhm. Gut. Dann fange ich da mal gleich an. So. Ich hole noch geschwind diese Steine. Stromfahrt. Brauchen wir ja. Ja. Brauche ich. Oder Kupfer. Kupfererz. Irgendwie. So geht's besser. Du siehst da ganz schön viel. Ich habe richtige Mine entdeckt. Mhm. Eine Ader besser gesagt. Ja, genau. Ja, das geht manchmal ein paar Blöcke runter. Mhm. So. Hm. So, dann ab in die Mine. In die Mine? Ja, ich... Ich würde ja leicht gesagt... Okay. ... gerne Kohle bekommen. Wo war die Mine? Da. Da geht's rein. Oh, ja. Sie schon. Ups, das ist da. Ui. Was? Hast du Kohle? Nein. Okay. Ich könnte da nicht sagen, dass das da irgendwie ausschaut. Ach, da hinten ist noch ein Skelett. Mhm. Da sind noch zwei Skelette, drei. Ja. Ja. So. So. Ah, das doch könnte das coole sein. Okay... Das ist ja... Äh, was ist denn das? Wo bist du? Hinter dir. In der Kohlentruhe. Oh, so neuer der Block. Oh, schön. Level up. Ja. Gratuliere. Oh, ich hab zwei Kohlenstücke. Okay, woher? Äh, die hat ein... Oh, ein Skelett verloren. Okay. Hm. Mhm. Raugst du ein Herzchen zum Auffrischen? Nein, bin voll. Okay. Hm. Hm? Ist das... Am Boden Kohle? Nein. Nein, ich... Ich hab bis jetzt da noch keine gefunden, so zu moppern. Okay. Gut. Hat ja nix. Oh, ich glaub die Mine haben wir. Oder geht's bei dir noch irgendwo weiter? Nein, ich grab da schon jetzt weg. Okay. Ja. Die ganzen Fässer hab ich auch weggeschlagen und da ist nur da was drin. Da hab ich ja einiges mitgenommen. Äh, wo bist du denn? Da in der Nische hinten. War da noch was? Mhm. Ich setz da mal eine Fackel rein. So. Okay. Das hatte ich dann nicht gesehen. Kein Thema. So. Oh, zwei Schuppen, die brauche ich für meine Rüstung. Aber trotz allem weiß ich noch nicht, woher wir die Kohle bekommen. Bei mir haben sie die Monster fallen gelassen. Okay. Mhm. Na. Ich hab ja so keine bekommen. Na gut. Äh, über uns hängt da auch so ein Kupferquartz. Schau mal. Über uns hängt ein Kupferquartz. Ja, ich bin wieder in der Halle. Ah, dort. Ja. Mhm. Mhm. So, das sind aber immer wieder so dunkle Flecken. Ich bau da jetzt einmal eins ab, test also. Na, das wird nix. Aber ich glaub, das ist nur Textur, oder? Mhm. 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 Gut, geht's da noch wohin? Na. Okay, na dann raus. Ah, da ist glaub ich noch Kupfer. Hm? Da war noch ein Kupfer. So. Waren wir schon überall? Ah, da ist auch noch was. Hm. Gut, das dürfte hinüber sein. Ich werd's mal reparieren. Oh, und... Ich geh jetzt... Ja. Ja. Hm. Draußen ist schon wieder finster. Mhm. Nix mehr da. Wart auf mich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So. Ja, jetzt können wir die Insel da noch ein bissl erkunden. Okay. Oder eben durchs nächste. Oder wir bauen noch ein bissl was ab und setzen wieder an. Weil da kommen schon manchmal Sachen raus. Ich glaub die brauchen wir für Tränke und so. Und das dann... Ich glaub die brauchen wir hier auch nicht. Ich glaub ich hab da grad irgendwelche Räume gefunden. ok oh ja runter da ich wollte da hinschlagen ich will ich will und die kommen wieder raus hüpfen will er wieder einen zerlegen hehehehe vor den brennenden Typen da bekommst du Fackeln ok 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 so dahinten ach so das ist sicher die Mine was erleuchtet ach du ok 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 So, was hast du vor? Mich hochheilen. So, da drüben leuchtet auch noch was. Am Boden siehst du auf einzelne Blöcke leuchten, wenn du da reingrabst, findest du immer so versteckte Räume. So, was gefunden? Mhm. Oh. Hey, du Wahnsinniger. Autsch. Wird ihr nicht daran unterstützt? Na, na. Geht not. Geht nicht? Na. Da oben habe ich noch was. Jui. Wieder rauf. Ups. Hm. Oh, da habe ich noch was. Geht nicht. Na, da habe ich noch so einen Raum. Okay. Uh. Was schießen darf ich? Na, die da drunter. Da unten stehen zwei. Ah. Die da. Du bist da. Oh. Kacke, kacke. Komm schon. Ich habe es überlebt. Ich muss mich heute teilen. Super. Jupp. Ah, da ist Kupfer. Na bitte. Da ist auch wieder ein Raum. Wo ist das denn? Nein. Ach, das scheint aber ein bisschen höher zu sein. Falschrauben gibt es hier keinen. Na, ich glaube das ist alles noch nicht eingeführt. So wie Essen und so. Das ist doch die Mine. Aber das ist die Mine, oder? Ja, dann gleich wieder zumachen. Ja. So. Und da irgendwo war auch. Da hat es auch wo geleuchtet. Ja, das wird auch die Mine sein. War das da? Hm? Nein, was nicht. Schau mal. Ist das? Ah ja. Ah doch. Doch. Hm? Gut. Schaut aus wie die Mine. Na dann. Ich habe wieder Punkte zu verteilen. Wie schön ist das denn? Ja, habe ich auch schon. Erledischt. So, dann schauen wir, was es da noch so gibt. Ja, da gibt es wieder diese Golems, oder was immer das ist. Stromquartz wäre noch einiges da. Oh. 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 Soll da helfen? Böder Wurm. Nein, habe ihn erledigt. So. Na. So. Ordentliche Ader. Okay. 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 Wo ist er jetzt? Der kleine Ader? Da hinten ist der Anduin. Der kleine Anduin. Mhm. Du bist da nicht größer. Ich will da jetzt ein kleines Schutzhäuschen bauen. Wo bist denn? Ah, da. Ja. Hm, Stromquartz. Kupfer. Ja, da habe ich auch schon zu viel gefunden. Ja. Hm, Stromquartz. Jetzt probiere ich mal, das anzupflanzen. Kaktussetzlinge und die Abgabensprossen. Frühlingsbaumsetzlinge. Okay. Ja. Das geht. Da kann man das Zeug ansetzen. Cool. Was magst du? Ich baue gerade Kupfer ab. Sehr fein. Am Kartenrand. Hinter dem einen Turm, wo wir schon mal ein paar Blöcke rausgeschlagen haben. Mhm. Ah, stoppen. So, ich denke, wir sind wieder am Ende der Folge. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder hier im Wüstengebiet oder was immer das da ist. Jawohl. Auf bald. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Ciao. Ciao. Ciao.